Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es das zweite Battlefield 5 Open Beta Video. Und ja, ihr seht dann gleich eine Runde, wo wir gegen die besten Battlefield-Spieler der Welt gespielt haben. Und es waren auch noch viele andere Influencer und allgemein PC-Zocker eingeladen. Wie zum Beispiel Shroud, Myth, absolute kranke Maschinen, Leute. Und ja, ich habe auf jeden Fall gegen die gezockt, beziehungsweise mit denen. Ab und zu in der Aufwärmlobby konnte ich auch mal den ein oder anderen Tod von denen fressen. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, es wird euch gefallen. Danach gibt es noch einen Zusammenschnitt mit Gustav Frodo und Papa Platte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, Leute. Checkt das Spiel ab. Link ist oben in der Videobeschreibung. Bis zum 11. September könnt ihr es noch easy downloaden for free und testen auf der Konsole, auf dem PC. Und ja, also let's go. Ach, ich wurde gerade vom Myth gekillt. Das war's. Hey Papa, ich spawn bei dir. Okay, warte. Hier wird halt geschrieben, die Squad-Groups auf dem Game-Server sind komplett korrupt. Wer war das denn? Ah, jetzt guckt ein Schraub, Digga. Alter, was ist denn das? Ich sehe da hinten noch einen Gegner. Ich sehe... Alles klar, Mann. Hier. Oh! Die Granate. Duft sie. Bitte. Mein Leben wurde genau... Komm, bleib stehen. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Dieser typische Gamer, Digga, Alter. Ich dislike gleich alle seine Videos. Jetzt musst du mal im Chat schreiben, der Nächste, der dich tötet, wird komplett gedisliked und deabonniert. Wie treppst du überhaupt irgendwas mit diesem... Also, es ist mir ein Rätsel, wie du irgendwas treffst. Ja, mit Eier. Ja, ja. Das ist in Ordnung. Geht schon. Er ist halt geübt den Shootern. Ja, bei Bullet Drop, bei Battlefield ist schon mal was anderes. Dann mit dem 100er Ping und dann auch noch mit Maus. Finde ich beeindruckend. Also, er würde ich ja besser nicht so extrem rückwürdig. Boah, jetzt habe ich... Ey, ich habe Story weggesniped, Digga. Let's go! Vielleicht lässt er seine Schwester spielen, aber gleich. Ich habe ihn komplett Quickscop gegeben, Digga. Natürlich, Alter. Du musst ja auf jeden Fall mal sein Video angucken, wo er das macht, mit den... So ist ein Sniper, der 1000 Stunden gespielt hat. Der geht so ab, Alter. Lol. Das ist einfach mal der Lucky Shot, ne? Ja, QB, da machen wir's dafür. Boah, jetzt habe ich weg, der Wichster hat mich gesniped. Das ist die erste offizielle Runde. Wir spielen jetzt leider in vollkommen random Spots und... Jo... Das ist alles zufällig gerade. Aber Shroud ist bei uns im Team. Das ist doch das Positive. Aber, ja, Shroud ist bei uns im Team. Oh mein Gott, ich sehe so viele Gegner. Ich habe einen, Digga. Darkness. Noch einer ist da. Nice. Okay, der ist immer noch da. Ah, kein Hitmarker. Das war's hinter mir, Digga. Shit. Da ist einer. Headshot! Jahova, Digga. Nein, noch einer. Noch einer. Squad Assist. Oh Gott, ernsthaft? Von hinten angeschossen werden? Goddammit. Warte mal, ich werfe da eine Granate rein. Huch! Da ist noch einer von rechts. Nein! Ich weiß leider nicht, wo der ist, oder? Nein! Ich habe daneben geschossen! Uhuhuhuhu! Nein! Ich wollte doch keinen Schuss abfeuern, Mann! Der, wie hast du denn für eine Rolle gemacht, sogar auf dem Boden? Zack, Digga! Weg mit dir, Alter! Boah, der Panzer! Sieht das monströs aus! Holy Shit! Ich werde überfahren! Boah! Millimeter beim Kopf vorbei. Oh, da ist ein Gegner. Komm, komm, komm! Jawoll! Einen haben wir! Nabelha... Dave! Da ist noch einer! Oh, was geht hier? Noch einer! Oh mein Gott! Double kill Leute in so einer Lobby! Das ist für mich ein absolutes Erfolgserlebnis! Nasenbluten! Komm! Komm, noch hier irgendwie vorsneaken! Hier sehe ich niemanden! Okay, hier habe ich eine Chance, Digga! Aber hier hat es nicht so viel mit Skill zu tun! So, ey, Mann! Ich muss eigentlich nur gerade ausschießen! Da hat er ein bisschen flankiert und ein bisschen abfacke die Gegner! Okay! Da ist niemand mehr! Hier bei C oben vielleicht noch! Oh, hier hinten habe ich aber auch noch Schüsse, ne? Hätte ich dem den Turnhawk gegeben! Er hätte alles verkaufen können! Lol! Oh mein Gott, Alter! Du kannst hier alles kaputt fahren! Das ist ja ernst krass! Benny Central ist hier gerade im Panzer! Der hat früher immer bei COD die 300 plus Gamblers gemacht! He! Oh, den haben wir! Das war nice! Da hinten kommen sie! Nein! Edmarker! Nein, 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 nein! Zeig dich, zeig dich, zeig dich! Jawoll! Mal einen Kill! Genau so müssen wir die Kills jetzt machen! Einfach die irgendwie nicht eklig wegholen! Weil da helfen wir wenigstens unserem Team! Es geht ja hier um den Sieg, ne? Wir brauchen unbedingt gleich noch einen Capture-Punkt! Da kommt noch einer! Okay, teammate hat ihn! Oh, ist das ein Wiese-Head-Glitch! Jawoll! Noch einen! Da liegt er! Noch einen! Let's go! Oh mein Gott! Hab ich den auch noch geholt! Durch den Rauch! Nachladen! Holy Shit! Wir nehmen ein Objektiv, Charlie! Nein! Der Panzer holt mich! Alter, war das eine kranke Szene, Leute! Daumen nach oben dafür! Also für mich, für meine Verhältnisse gegen diese Lobby! Holy Shit! Da bin ich richtig glücklich! Aber wir müssen jetzt irgendwie noch den Sieg einfahren, Digga! Wir haben ja grad vier Capture-Punkte! Da ist einer! Oh, da ist einer am Geschütz! Headshot! Boah, ich glaub wir gewinnen das! Aber das ist ja ultra eng! Okay! Komm schon! Jawoll! Noch einen Kill! Stoady! Der beste Sniper der Welt! Weg mit dir! Okay! Haben wir gewonnen oder nicht? Ich glaub schon, oder? Alter! Ich glaub richtig knapp mit zwei Punkten oder so! Ja, mit vier Punkten haben wir gewonnen! Best Squad! Ich war im besten Squad auch noch! Kannst du nicht in unserem Squad, sagst du? Nee, bei euch joint grad irgendein Random! Stand da! Okay! Das kann auch nicht sein! Ja, stimmt! Du! Du bist der Random! Oh! Geil! Aber böse! Achso! Dann... Geil! Ah! Da ist einer oben! Da ist einer! Nein! Oh! Hitmarker! Muss doch eines hier sein irgendwo! Oh! Get wrecked! Wir hätten den Spawn-Beacon noch! Oh! Oh! Wollen wir erstmal B einnehmen jetzt? Ja! Das war fresh! Oh mein Gott! Ich kann nicht resten! Nee, kann ich nicht! Ich verstecke mich in der Ecke! Als ob! Nix kriegst du! Okay! Ich habe ja jetzt die Purzelbäume geschlagen, nachdem ich getötet wurde! Als ob nicht! Da ist einer! Bam, Alter! Jakob! Ich bin im Wasser! Oh mein Gott! Oh! Okay! Du bist bei B, Alter! Ah! Oh! Ich dachte schon, Alter! Wieso ist nach dem ersten Schuss nicht gestorben? Gut! Da ist auch noch einer! Er piekt da! Oh Leute! Da vorne hängt schon wieder einer in der Luft! Ich glaube, A oben sind die Boys! Nein! Ich hätte einfach früher schießen sollen! Ich kleine Frechfratz! Nein! Nein! Der kleine Frechfratz! Oh! Ein Panzer, ein Panzer! Panzer bei A! Ja ich muss mich mal beziehen! Wow! Er hat Rockets hochgehauen! Schaffst du, schaffst du, schaffst du! Komm schon zu mir! Ah! Das wird knapp! Warte, warte, warte! Oh! Hast du einen Dolfing Dive gemacht, oder was? Mach's die ganze Zeit! Lol, ich wusste gar nicht, dass es geht! Heftig! Aider Jungs! Was ist es geht denn hier ab, ne? Ja ich pushe rüber mit, also übers Wasser... Ich treffe langsam echt gut mit Sniper, Mann! In der Tat ist es. In der Tat? mein gott jungs das sind so viele gegner der panzer was macht der panzer der panzer was wir jetzt habe ich alles gut wahrscheinlich beide ins wasser gleich seid ihr wirklich ins wasser was wie ist das bitte kein headshot da war doch gerade noch ein gegner einen habe ich ja sauber ich habe nur noch gesehen wie der kopf geplatzt ist die jungen die schießen da weiterhin aus dem laden da unten liegt einer okay ich habe ihn das gleiche vor mir die mich an aber wenn du da wenn du da nicht stürzt es geht schon digger doch helfen doch bitte ich habe mich aus guck 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 mich aus du hast du dich jetzt echt sterben lassen natürlich doch helfen wir kommen wenn du möchtest warte papa geh mal in deckung haben wir den einen ja gustav dann komme ich zu dir recht auf der auf dem sauer ich musste er ich habe ich hab's gesehen was ging da jetzt ab ich weiß nicht wo ich gestorben wird jungs ich bin der beste spieler der welt all right leute das war's dann für das heutige video ich hoffe es konnte euch unterhalten der ein oder andere lustige sniper kill war am start für meine pc verhältnisse war es auf jeden fall in ordnung und ja checkt auf jeden fall die kanäle von den anderen boys ab leute und hat auf jeden fall spaß gemacht auch mal mit shroud und so ein team zu zocken oder in der pre aufwärm lobby gegen den paar kills zu machen ja aber natürlich ich als konsoläre leute sehr sehr schwer war das auf jeden fall für mich dagegen die besten spieler da überhaupt zu spielen battlefield und ja vergesst nicht das spiel abzuchecken leute es ist noch bis zum 11 september im store frei zum download bereit und ja link oben in der beschreibung zum game leute auf der konsole auf dem pc einfach downloaden bis zum 11 september haut rein bis zum nächsten mal lassen daumen nach oben da und ciao ciao